Gut, wir werden jetzt mal das hier bauen. Ne, hier, das wollte ich. So, dann auch hier. Okay, dann gehen wir mal zurück. Gibt es denn hier auch richtige Wände? Nein, komm. Gibt es denn hier auch richtige Wände? Habe ich gefragt. Gut, dann werden wir nämlich jetzt hier langsam geordentlich was hinbauen. Okay, dann wir zurück. Komm. Das müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir ja wieder weiter reinschauen. Dann müssen wir auch hier mal gucken. Diese Feinfühligkeit bei diesem Spiel, als ehrlich. Dann auch hier. Hier. Und hier. Dann nehmen wir das hier. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Und auch hier. Dann können wir nämlich hier drinnen. Auf jeden Fall auch Betten bei den Stellen. Nein. So. Ähm. Es gibt. Jetzt muss ich erst mal raus, damit ich erst mal zurück kann. Ehrlich. Also meine Güter. Da. Dann Betten. Dann Betten. Dann Betten. Und dann schon richtig schöne Betten. Ja. so dann auch hier genau machen wir hier so und hier machen wir mal so küche und bad eventuell mal rein wieder raus hier und jetzt müssen wir mal gucken brauchen die überhaupt eine toilette gibt es hier so was überhaupt so machen wir mal so dann steht das auch schon mal dann machen wir auf jeden fall hier drinnen zwischenwände noch rein dass dann nicht jeder unbedingt ja so mal rein ja überall reinschauen kann na verstärten dass sie hier zwischenwende gehen nicht also man kann jetzt nicht abtrennen das ist schade aber gut das ist besser als ja nicht muss ich ehrlich sagen und schutzwasser ne kommt raus wie kann ich denn hier gibt es denn eine verkaufsmöglichkeit ich habe hier noch immer noch ein platz stand da kann ich ja noch einiges an verkaufsmöglichkeiten abbieten so radar käfige herstellung geben handelsgeschäft generiert und okay energie haben wir jetzt aber wir sollten uns mit dem wasser ein paar gedanken machen schutz definitiv hier es sei egal wohin die dringer drehen sich ja da da wo die gegner eben am meisten kommt da wird dann eben auch noch was hingestellt und zwar hier damit nicht okay dann heimlich hier noch ein hingestellt und mal gucken wenn ich definitiv auch und ein hier quasi zum schutz die darf die dürfen dann eben nicht selber losgeben weil es wäre natürlich doof ähm essen da bin ich bin dann noch drinnen wasser struktur energieschutz leben aber es gibt nichts mehr wasser energie 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 drinnen da kann ich halt hier drinnen aufstellen ne ja ja eh ja Untertitelung des ZDF, 2020